Okay. Aber jetzt so auf Dauer zocken. Au. Habt ihr das gehört? Aua. Was macht der denn da? Arschloch. 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 Pilot nach Gombach. Mobilitär ist laut. Nein. Scheiße. Au. Wie kann man so blöd sein? Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Falls wir uns nicht mehr sehen, guten Rutsch. Ja. Und ansonsten macht's gut. Gute Nacht und ciao. war das jetzt beenden da nee das heißt so wieso höre ich eigentlich keine musik mehr weiß dass einer noch mal milch holen ja ich glaubte nämlich ja beziehungs die beste option sagt ihr was war da noch grad hast du milch und die milch vergessen noch nicht starten noch nicht starten bitte ich muss mir noch was das denn für scheiß das habe ich nicht installiert ja mach mal der t 22 ist halt eben nur im weg mann was soll der scheiß und jetzt mal eine map für den panzer was ist das denn hier schon wieder ja das spiel hat sich aufgehängt ne echt der hat keine legendäre tarnung ist das denn für ein scheiß wie beschwein muss man denn noch haben im leben ich krieg die krise ich sterbe wegen dem scheiß ich sterbe wegen dem scheiß der kann er hat ja gebläse das macht manchmal komische stimmen wie hoch der pieken darf wie hoch der pieken darf leute es tut mir leid ich bin in einem alter und in einer zeit lebe ich wo man nicht mehr wie klein dofi vor einer internetseite steht sondern wo die selbsterklärend sind und wo man drauf geht und die zum ersten mal sieht und die direkt bedienen kann kann ich hierbei nicht das sieht aus wie 1992 wie zum ersten mal auf der arbeit vorm computer gesessen was für ein trottel team das gibt es doch gar nicht mehr erst fahren sie alle auf eine seite und dann bleiben die stehen ach die kanone die ist doch zum kotzen ach du kriegst die tür nicht zu das ist eine mistburke ich kann das gar nicht oft genug sagen der ist groß wie ein scheunentor wieso schießt du denn etwa von der anderen seite du vorne ochse hat sich ausgeschweint lorraine spotte fahr doch einfach mal nach vorne und spotte ich verstehe kein wort hast du eine decke im mund das ist großartig Entschuldigung. Alter, das auch. Den coolen Panzer, muss ich sagen. Den möchte ich auch haben. Den greift dicker. Ja. Kackstiefel ist das. Absolute Katastrophe, das Ding, aber egal. Halb 71, das hast du so geil gemacht. Du hast einen One-Shot vor dir stehen. Einfach mal drauf fahren, dass man irgendwie mal weiterkommen kann. Nein, du stehst da und wartest, bis die Panzer von hinten kommen. Ich könnte kotzen. Für so wenig Spielverständnis. Ja, ich kann mich nicht entscheiden, auf wen ich schieße. Du willst es nicht wissen, wie ich es rumgefallen bin. Nein, will ich auch nicht. Damit es da nicht reinregnet oder reinzieht. Und da klappert der momentan immer dran. Und wenn ich die Stöpsel in die Ohren habe, das hört sich an, als wenn bei mir jemand in der Küche rumläuft. Schieb mich doch nicht raus, du Idiot! Aber halt eben keine Gandhi-Freschen, ne? Egal. Wer braucht schon Gandhi-Freschen, oder? Links, 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 links. Skorpion. Links, links, links! Können wir mal einer diesen Scheißer hier am Arsch wegnehmen? Auf den Jagdtiger, die sind gleich durchgecappt. Jetzt willst du auch Foto fahren. Ich denke, du stehst jetzt da hinten. Wieso machst du sowas? Ich krieg die Kanonen nicht runter, Leute. Es ist gerader Boden hier, ne? Ich krieg diese scheiß Kanonen nicht runter. Ich krieg sie einfach nicht runter, ne? Es ist scheißgerader Boden. Nee, ich krieg das Gold umsonst. Zwar nicht... Was war da drinne? Nur Schrott! Nur Schrott! Wieder nur Schrott! Wieder nur Schrott! 100 Gold! Okay, 600 Gold! Okay, 600 Gold! 600 Gold! Und 3 Gold Booster! Und 3 Gold Booster! Wieder nur Schrott! Wieder nur Schrott! 500 Gold! Okay! Ein bisschen über 1000 Gold habe ich jetzt! Kredit Booster! Blablabla! Er war nicht drinne! Und ich habe nur, nur Schrott gekriegt! Dreh den Panzer noch ein bisschen weiter! Noch ein bisschen weiter! Dreh den Panzer noch ein bisschen weiter! Nach rechts! Drehen! Nicht fahren! So, noch ein Stück! Noch ein Stück drehen! Drehen! Noch ein Gang! So! Jetzt wirst du langsam zurück! Und guckst unter dem Geschütz durch! Unter dem Geschütz durch gucken! Unter dem linken... So, jetzt fahr doch zurück! Zurück! Du bist auch manchmal so anstrengend! Das ist so anstrengend! Das ist so anstrengend! Wenn man jemanden helfen will! Und der einfach nicht macht, was man ihm sagt! Weißt du? Vorwärts! Vorwärts! Schneller! Schneller! Ah! Vorwärts! So! Jetzt stopp! Jetzt ist es safe! Jetzt kannst du auf den Schießer in Ruhe schießen! Schieß doch! Wie soll ich da schießen, wenn meine Kanone oben ist? Dann fahr doch weiter rechts! Ja, jetzt hinter dir! Jetzt kannst du wieder nicht mehr vor! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Nicht rückwärts fahren! Ah! Hilfe! Das ist auch so schwer dir zu helfen! Fahr zu dem hin! Sonst hast du einen Schießer gleich wieder hinter dir! Du hast ein Talent für Kreuzfeuer! Das ist phänomenal! Und dein Panzer ist so langsam! Was hast du für eine Mannschaft da drin? Vorwärts! Vorwärts! Du hast einen Schießer gleich hinter dir! Nicht umdrehen! Ja, fahr noch zurück, damit du den Schießer Sex zeigst! Wieso um alles in der Welt bleibst du da stehen und fährst nicht weiter? Ich versteh dich nicht! Du wartest darauf, dass du gekillt wirst! Du guckst! Du bleibst stehen! Du weißt, dass von hinten ein Schießer kommt! Ich hab's dir dreimal gesagt! Und du bleibst stehen! Anstatt auf den vorne vor dir drauf zu fahren! Wenigstens noch ein, zwei Schüsse zu machen! Wartest du, bis dass du von hinten gekillt wirst! Ich find das phänomenal! Ist das eine Scheißmöhre geworden! Mann, 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 Mann! Und was hab ich hier für ein geiles Team? Wo ich noch aktiv weiter Tanks gespielt habe! Boah, aber meine Bohnen schmecken auch diesmal nicht! Die schmecken diesmal einfach auch nicht, ne? Hast echt mich verkauft! Ey, immer dasselbe! Hast du halt eben manchmal dabei! Dann, was weiß ich, sind die ein bisschen zu feucht geworden oder so! Und dann schmeckt der gammelig oder so! Und der schmeckt diesmal nicht! Und wieder ist er nicht bereit! Das ist doch zum Kotzen! Wieder ist er nicht bereit und ist zu spät! Ohhhhhhhhhh! Na gut, los! Fahr mal weiter nach links! An dem Hügel entlang! Nicht unten hier! Links einfach jetzt! Einfach nach links fahren! Bitte! Einfach nach links fahren! Weiter, 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 weiter! Nicht so hoch, nicht so hoch! Jetzt ist es zu spät! Ah, komm! Vergiss es! Was für einen hinter dir! Ich werde sterben! Ich werde sterben! Ahhhh! Wie doof waren die denn von mir! Scheiße! Oh, die Leute! Ich fach für mich nicht gerne! Ja, das ist ja schon wieder so ein scheiß Video! Wir wollen jetzt wieder absaufen hier, ne? Wieso sauf ich hier an der Stelle immer neuerdings ab? Ich sauf wieder ab, ne? Ich krieg's einfach nicht mehr hin! Jedes Mal dieselbe Scheiße! Wieso bin ich mittlerweile zu blöd an... Wieso bleib ich an der einen Ecke immer hängen? Das hat früher immer geklappt! Ich trage dann noch ein paar Punkte! Ja, ganz schön! Ja... Das hat sich nur ein wenig wieder überrascht! Vielen Dank.